Die Abende von Präsidentschaftswahlen, die hatte ich schon immer gemocht. In 22 Uhr war das Rennen zwischen den Kandidaten der Sozialisten und dem der Bruderschaft der Muslime immer noch nicht umschieben. Gegen 14 Uhr sah ich den von Marine Le Pen geführten Menschenzug über die Chance Elysee Richtung Triumphbogen führen. Auf einem riesigen Transparenz, das quer über die ganze Straße erreichte, stand, wir sind ein Volk. Meine Eltern haben beschlossen, Frankreich zu verlassen. Unser Flug nach Tel Aviv geht am nächsten Mittwoch. Jedes französische Kind soll von Anfang bis Ende seiner Schulzeit in den Genuss einer islamischen Erziehung kommen. Die Identitären Europas sind der Meinung, dass es in den nächsten Jahren zu einem Bürgerkrieg kommen wird. Wenn wir auch nur irgendeine Chance haben wollen, diesen Bürgerkrieg zu gewinnen, dann sollte dieser Krieg möglichst bald stattfinden. Das Aufspüren der weiblichen Oberschenkel, dieser Vorgang, bei dem das potenzielle Ausmaß der Erregung in direktem Verhältnis mit der Länge der entblößten Beine stand, vorbei. Ich möchte Sie davon überzeugen, Ihre Lehrtätigkeit wieder aufzunehmen. Es gibt allerdings eine Bedingung, die alles andere als unerheblich ist. Ich muss zu nichts sagen, konvertieren. Ja. Es ist die Unterwerfung, der nie zuvor mit solcher Kraft zum Ausdruck gebracht hat, der Gedanke, dass der Gipfel des menschlichen Glücks in der absoluten Unterwerfung besteht. Verabschied